Material verfüge. Bei Corona ist es ein bisschen schwerer zu erklären, weil ich tatsächlich im Jahr vorher sehr viel über historische Epidemien gelesen und recherchiert hatte im Zusammenhang mit dem Handbuch für Zeitreisende. Das Buch ist im Herbst 2019 fertig geworden und auf sehr vorausschauende Weise enthält es mehrere Kapitel, die vom Umgang mit Seuchen und von Hygiene in der Vergangenheit und eben von Infektionskrankheiten der Vergangenheit handeln. Also ich war da eigentlich, was den historischen Teil angeht, ganz gut informiert und hatte das im Prinzip auch durch die eigene Buchrecherche begriffen, dass es keineswegs so ist, dass die Vergangenheit verseucht mit den allerschlimmsten Krankheiten ist und dann in Richtung Gegenwart alles allmählich besser wird, sondern dass die Bewegung tatsächlich umgekehrt ist. Und wir nur das Glück haben, dass in der Zwischenzeit außerdem eben auch noch Hygiene und Impfungen erfunden worden sind, sonst sähe es ganz düster aus. Aber ich habe keine Verbindung hergestellt zwischen den Ergebnissen dieser Recherche und der Gegenwart. Und das ist mir eigentlich unklar, warum. Vielleicht, also die einzige Erklärung, die mir dafür einfällt, ist eben doch, dass es und ich glaube nicht nur bei mir so ist, dass man viele Dinge erst begreift, wenn sie einem selbst passieren. Das ist leider eine sehr schlechte Erklärung, aber es ist so ein bisschen, als würde man die Kupplung getreten halten zwischen den Denkvorgängen und dem Rest des Geschehens. Erst wenn dann die Theorie in irgendeiner Weise sich in den eigenen Alltag einklingt, dann kann es vorangehen mit der Erkenntnis, ich wünsche, das wäre anders, aber meistens ist es nicht so. Das heißt also, Expertentum schützt offensichtlich nicht vor Irrtümern, wenn ich das richtig verstehe, aber eine bestimmte Art von Immersion ins Problem, um aus einem Irrtum rauszukommen, in die Wahrheit zu treten oder zu sehen, dass man sich geirrt hat. Ich bin skeptisch bei diesem in die Wahrheit treten. Das klingt so, als gäbe es diese zwei Zustände, den Irrtum und die Wahrheit. Und tatsächlich befindet man sich ja immer in so einem ganz unordentlichen Gemisch aus beiden. Und es ist auch oft eine Frage des Zeitpunkts, zu dem man gefragt wird, ob man irgendeine Meinung, die man mal hatte, als Irrtum oder als korrekte Erkenntnis beschreibt.